so das sind wir und weiter geht es hier mit emergency und zwar wollte ich letztens hier unter sammlung gehen und dann meine upgrades machen und dann gucke ich hier runter da und da steht ein zusätzlicher einheiten slot über den shop ich bin fast vom stuhl gekippt und da frage ich mich jetzt ist das jetzt der sechste slot kann man sich über den shop einen sechsten slot holen und oder ist das jetzt nur eine einmalige aktion weil also wenn das echt so ist dann ist das echt scheiße auf jeden fall wenn du das jetzt nur über den shop holen kannst ich dachte das ist jetzt eine neue technik von denen neue was weiß ich dass das jetzt nur über die fünf slots geht es neue methode von denen aber wenn das echt so ist ich habe jetzt nur noch 102 und die kann ich jetzt sowieso irgendwie nichts machen die werden da vergammeln und ich probiere das jetzt mal ich hole das jetzt mal und da bin ich so gespannt ob man einen sechsten slot hat zusätzlicher einheiten slot commusable limitiertes angebot verfügbar fünf alle spiele haben einen zusätzlichen einheiten slot alter ich also wenn das echt so ist dann zog ich das nicht mehr da bin ich echt dagegen wenn man das nur über den shop erwähnen kann ich habe jetzt noch zufällig noch diese restlichen noch und probiere ich das jetzt mal bestellung abschließen einkauf erfolgreich so wie gesagt wir würden da eh vergammeln und bevor wir das machen probiere ich das jetzt mal wir machen jetzt meine mission spielen das haben wir jetzt alles so hohe mission jetzt 16 eine minute ist das weg da ist 14 das ist noch vier minuten aber da guckst bei beiden kriegst du 50 prozent jetzt machen wir mal nur so ein test einfach nur so mal gucken ob wir echt einen sechsten slot haben echt das wäre ja übel übel wäre das echt so warte es ist genau immer wieder dasselbe hier das sind meine drei favorites irgendwie mittlerweile ne ja okay wir machen bereit ne du hast keinen slot ne was war das für ein slot jetzt okay wir haben jetzt erstmal feuer egal also doch das ist doch nicht so alles gut alles gut wir haben jetzt erstmal feuer wir müssen vorher erstmal feuer wer warte 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 da geht es nicht da gibt wir haben nur die zwei hier und von da kommen wir nicht dahin warte der will jetzt die anderen das schulen also der will nicht also weil er meint so feuer und hier nochmal feuer tja ist jetzt nur erstmal nur diese stückteile löschen was ist das rote da das ist eine verletzte person drei verletzte personen die kommen darüber ne äh warte euch muss ich jetzt könnt ja mal bitte löschen hier einfach mal den hier und einfach mal den hier und da hast du einfach den da so da löschen die und da sind schwer verletzt oder fast verletzt oder irgendwie drei krankenwagen würde ich jetzt holen bis die kommen sind die schwer verletzten und das kann gut sein ah ich hätte die karte das war ja mir fällt das jetzt ein dieses commusable das hätte ich auswählen müssen bei dem menü dann glaube ich hätten wir das gehabt das kann gut sein schade machen wir aber am nächsten mal okay erst mal aussteigen hier so könnte jetzt darüber als bisschen riskant noch ihr sollt aber weiter löschen hier jetzt ist das schwer verletzt siehst du da muss ich den wieder weg tun der war weg ich muss den einpacken und den jetzt wieder nach hause schicken ja 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 okay alles klar so du machst den da sind zwei schwer verletzte noch da braucht man noch man das ist so übel feuer glaube ich ist nicht mehr können weg naja du da rein du da rein und du nach hause und du ebenfalls nach hause du notarzt sind unterwegs und der ist auch weg der holt zählen so wir brauchen aber zwei notärzte hier oder besser wäre zwei notärzte erst mal unterwegs zum einsatz so dann kannst du schon mal hier den machen der andere kommt gleich ja hilfe ist unterwegs so hast du denn jetzt eingepackt so du kannst raus und warte mal so du kommst hier so ihr könnt jetzt auch langsam in die richtung da genau du kannst dich schon nehmen das heißt du kannst schon mal raus auch noch krankwagen ja ein krankwagen noch unterwegs zum einsatzort so du wirst auch geheilt du bist auch dabei du kannst erst mal weg zur basis zurück kannst direkt hier vorne erste reihe und dann gehst du hier hin währenddessen geht der notarzt weg der geht auch weg sehr gut ja haben wir das so ein bisschen abgefertigt hier geht hier mal raus hier alle so du kannst wieder weg und dann blieb nur noch der eine ne der macht das jetzt hier auf der straße das haben wir auch schon mal gehabt ne auftrag ausgeführt ok wir was brauchen wir denn zuerst hier war erst mal die polizei erst mal polizei dann machen wir eigentlich erst krankenwagen oder hatte das ist der der notarzt brauchen wir auch noch okay dann brauchen wir noch einen krankwagen unterwegs zum einsatzort und einen rüstungswagen so ok ja macht hier erst mal aussteigen und geht hier erst mal die leute hier abchecken der notarzt macht hier den ja das hier was los hier vollste action angekommen ok ihr schneidet die wehren destiny auf warte einer macht hinten ja oder macht beide da echt es ist wieder mit der polizei da ne die die verlieren schon wieder das war diese mission wo die verloren haben ne oh nein er hätte sich da zwei polizeiwagen holen müssen oh war ja das ist nicht gut oder haben wir die wir haben die ne ja ja sehr gut ok wir haben die alles klar fantastische arbeit so ihr zwei ich hab die jetzt auch dann machen wir das hier sich schon mal aussteigen und den ja mitnehmen und da in der ecke nämlich liegen da noch mehr so erstmal zum schwer verletzten warte wo ist der notarzt da zum schwer verletzten genau so polizei kann weg und feuerwehr kann auch weg da ist auch ein verletzter ja so wir brauchen auf jeden fall krankenwagen auftrag ausgeführt ok krankenwagen kannst du direkt hier parken so die können auch weg das ist noch ein verletzter ich brech ins essen so da machen wir dich da du steigst mal schön aus und kümmerst dich da um also notarzt gehst du zum ah jetzt ist da direkt da vorne genau so du kannst weg du kannst da du kannst hier mitnehmen ja der kann er mitnehmen und noch ein krankenwagen bitte das war der von der letzten mission glaube ich von da oben so ein einsatz wurde abgeschlossen bereit 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 okay auftrag ausgeführt du nimmst den ja mit und not die notarztin auftrag ausgeführt diese symbole alter ne echt erwarte anweise steige ein so ihr steigt auch alle ein auftrag ausgeführt okay fantastisch ab nach hause du gehst auch nach hause und du gehst nach hause und wir machen die nächste mission ach die nächste mission die nächste mission was ist denn hier los princess was brauchen wir denn hier ein kran ein einsatz wurde abgeschlossen ein kran brauchen wir hier sind unterwegs und dann brauchen wir noch so ein rüstwagen unterwegs zum einsatzort und bestimmt verletzte haben wir hier auch noch unterwegs zum einsatzort und ein krankenwagen sind unterwegs angekommen und polizei brauchen wir natürlich auch noch alter das volle program sind unterwegs erwarte anweis erwarte höre bereit so da können die alle erstmal aussteigen ach der traktor da ist er ne da wird er jetzt geborgen so die schaulustigen die müssen weg sehr gut äh der notarzt der muss hier den verletzten behandeln du kannst schon mal in dem seine Nähe so die machen das weg äh müssen den traktor noch aufschneiden mit den beiden ja geht er schon mal in die richtung so wird gemacht alles klar dann schneiden die das auf okay die auftrag ausgeführt das heißt die können schon mal weg ja die können schon mal nach Hause ihr habt nämlich Feierabend so der Kran ist auch erledigt der kann auch nach Hause und dann brauchen wir äh auf jeden Fall einen Krankenwagen erstmal so ihr könnt ja ihr seid fertig genau ihr seid fertig ihr könnt ja rüber angekommen und noch einen Krankenwagen bitte so Notas geht zum nächsten verletzten und du nimmst äh da ist schon einer warte so ihr könnt den nehmen du nimmst gleich den ich habe wieder zu viele Klangwagen geholt so ihr könnt alle weg da fährst du erstmal hin da haben wir gleich auch durch ne ah ja ja so du kannst den weg transportieren der muss nur behandelt werden aber jetzt kannst du warte jetzt jetzt kannst du den mitnehmen so neuer Einsatz ist auch schon da dann schicken wir dich weg und äh dich weg und der nächste Auftrag rücksichtloser fahrer genau das sieht übel aus wir brauchen Feuerwehr auf jeden Fall äh guck mal so wenig Feuerwehr hier äh sind unterwegs ja macht ihr mal den hier schaden oh dann nehmt schaden was dann warum ich schaden mein hier löschen okay und zwei not erz äh zwei krankenwagen will ich noch mitnehmen so kannst du da mal löschen bitte da ist das schwere eskalation danke so die sind angekommen die sind angekommen okay der schafft das alleine ne oder naja das dauert ein bisschen aber das schafft er wir haben ja noch einen slot frei wir können ja noch einen holen unterwegs zum einsatzort und dann sind sie etwas schneller unterwegs so die alle raus hier und du gehst erstmal dahin du kannst auch in die Nähe oh das ist gefährlich 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 du kannst auch löschen hier verstanden okay die sind außerhalb diesem radios deswegen können die den behandeln ihr könnt schon mal langsam dahin und wir müssen erstmal das Feuer löschen okay jetzt haben wir das Feuer gelöscht das ist leicht verletzt den können wir nehmen den können wir nehmen ja ja du schaffst das schon ihr könnt weiter kühlen wieso machen die hier nichts genau Feuer gelöscht komm 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 zack und weiter weiter kühlen weiter kühlen weiter kühlen weiter kühlen so weiter kühlen ja hier so weiter hier hat der hier ist da noch was ne ne so die haben die auch geholt hat er die jetzt geholt ich bin so verwirrt so du sollst den hier nehmen du kannst nach Hause du kannst nach Hause und ihr könnt alle weg haben die fast einen vergessen da okay letzte mission ne auftrag ausgeführt so du kannst auch nach Hause 17% Chaosmeter ein Einsatz wurde abgeschlossen 13 okay haben wir es ne nö 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 die zwei sind duplikate die haben wir schon erhöhte rettungswagen schusswaffenschutz alter erhöhte schusswaffenschutz ingenieur erhöhte schusswaffenschutz alter hier sind alle geht so ne wann wird denn schon auf die feuerwehr auf den rettungswagen geschossen ganz selten fertig so weiter zur karte und zeit für eine pause alles klar zeit für eine pause wir sagen danke und wochentliche aufgabe ok ich habe irgendwas abgeschlossen machen einen pause und sagen danke und bis gleich ciao ciao woch